Mark Brandon Reed, genannt Chopper, wurde am 17. November 1954 in Australien geboren. Seine ersten fünf Lebensjahre verbrachte er in Kinderheimen. In seiner Schulzeit wurde er gemobbt und wurde von seinem Vater geschlagen. Mit 14 Jahren wurde er in mehrere psychiatrische Einrichtungen verbracht und wurde dort, seiner eigenen Aussage nach, einer Elektroschocktherapie unterzogen. Er wurde ein berüchtigter Straßenkämpfer und Anführer einer Bande. Er beraubte vor allem Drogendealer. Später behauptete er in seinen Büchern von sich selbst, Mitglieder der Unterwelt entführt, gefoltert und ihnen mit Bolzenschneidern und Lötlampen die Zähne entfernt zu haben, bevor er sie getötet habe. Während seiner Haft begann Reed einen Gefängniskrieg. Seine Bande, die Overcoat Gang, so genannt wegen der langen Mäntel, die sie trugen, um ihre Waffen zu verbergen, waren in mehrere hundert Gewaltakte gegen andere Gefängnisgangs beteiligt. Er infizierte sich mit Hepatitis C, vermutlich durch einen blutbefleckten Rasierer. Um die Gang zu verlassen, schnitt er sich beide Ohren ab, was ihm den Spitznamen Chopper einbrachte. Mehrere Mitglieder seiner Bande schnitten sich im Anschluss selbst die Ohren ab. Er selbst wurde von einigen seiner Bande überfallen und niedergestochen. Daraufhin mussten ihm operativ mehrere Meter seines Darms entfernt werden. Bereits in seiner Zeit im Gefängnis wurde er ein erfolgreicher Autor von Kriminalromanen. Da er nur für 17 Jahre im Gefängnis saß wegen Raubes, Waffendelikten, Körperverletzung und Entführung und seine Behauptungen über seine Morde als unglaubwürdig galten, wurde er nie für Mord verurteilt. Nach seiner Haftentlassung machte er eine Tour durch ganz Australien. Er war Gast in Talkshows und wurde eine bekannte Persönlichkeit. Sogar eine Biermarke wurde nach ihm benannt. Er war Gast Schauspieler in Filmen und nahm 2006 sogar ein Rapalbum auf. Im selben Jahr sprach er sich unter anderem gegen häusliche Gewalt aus. Mark Reed hatte seine kriminelle Vergangenheit hinter sich gelassen. Im Jahr 2000 erschien der Film Chopper mit Eric Banner als Reed, beziehungsweise in der fiktiven Rolle des Mörders aus Reeds Büchern, denn Reed hatte tatsächlich nie gemordet. Im März 2008 erfuhr er, dass er nur noch fünf Jahre zu leben habe. Eine Lebertransplantation verweigerte er jedoch. Im April 2012 wurde zusätzlich Leberkrebs diagnostiziert und wenige Monate später operiert. Reed starb an seiner Krankheit am 9. Oktober 2013 im Alter von 58 Jahren. limma – Junge – Junge